Hier und das ist für dich. Hä? Woher kommt die jetzt und was hat die... Hä? Friends, was geht und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Schwert. Ja, bevor die Folge jetzt richtig losgeht, eine Sache. Ich werde in den nächsten Folgen wahrscheinlich Karmalen rausnehmen, einfach aus dem Grund, da das Mon uns in der Story nicht wirklich weiterhilft und irgendwie ich auch andere Mons zeigen möchte für das Let's Play. Ich habe ja am Wochenende, also das letzte Wochenende jetzt, wenn ihr das... Kommt die Folge wahrscheinlich am Mittwoch oder so, wenn ihr das seht. Ähm, da haben wir viel Shiny Hunting gemacht. Sollte ich irgendwann demnächst ein Shiny Porente haben, werde ich es auch in Team nehmen. Ähm, ich habe ein cooles Toxel bekommen, eine Menge Toxels sogar, da werde ich ein Giveaway machen. Die Toxels, die haben alle zwischen, ich glaube, äh, 4 bis 6 Ivys, also 4 bis Max Ivys, da werde ich ein Giveaway machen. Ich habe da, glaube ich, 10 Stück über. Wurde in dem Stream, äh, sag ich mal, getradet, gegiftet von dem guten Scacy, äh, hier ist der User. Dann habe ich auch natürlich, weil ich so viel Shiny Hunting am Porente gemacht habe, viele Porentas übrig, da kann ich auch ein Giveaway machen. Wenn wir alles im Stream machen, wie genau, ich bin mir da am Überlegen, vor allem mit dem Toxel, sollte da Interesse bestehen, ähm, werde ich das, glaube ich, so machen, dass das als allererstes halt langjährige Abonnenten bekommen, ähm, oder halt mega aktive Zuschauer oder was weiß ich. Und vielleicht werde ich das über Discord regeln und dann werden wir es in einem Stream Giveaway und bla bla bla. Ja, das wollte ich nur mal sagen, das Team wird sich auf jeden Fall anpassen, einige Giveaways kommen in Zukunft. Und, ähm, dieses Wochenende tatsächlich werden leider keine Streams stattfinden, weil ich nicht daheim bin. Leider, wirklich leider, aber ich muss außerhalb, ähm, sag ich mal, fahren, liegen, eher gesehen oder gesagt. Äh, ja, ich glaube, ich mache hier einfach weiter, sonst kommen wir nicht im Game weiter. Äh, ja, ich bin halt außerhalb. Ich muss, ich will tatsächlich nicht, weil es gerade so gut auf diesem Channel läuft und ich will es beibehalten, ich will es pushen, aber ich muss. Und dagegen kann ich leider nichts machen, deswegen werde ich euch am Wochenende mit so viel Content, wie ich nur kann, füttern und vorproduzieren wie Sau. Und, ja, also es fühlt sich jetzt, sag ich mal, an wie Releasetag 2.0 dann diese Woche, weil ich halt wieder so viel vorproduzieren muss und Content liefern muss und bla bla bla. Also ich muss nicht, aber ich will es, sie kennt mich ja. Und egal, egal, egal. Egal. Wir sind auf jeden Fall erstmal auf Route 106 und wir müssen, glaube ich, da unten rechts lang oder so. Und da haben wir, glaube ich, in der gestrigen Folge noch gesehen. Da gab es irgendwie so ein, so ein kleiner Tunnel. Meine ich hier, wenn wir hier lang gehen. Und dann hier hoch, glaube ich. Genau, genau. Okay, cool. Äh, die Trainer werde ich jetzt erstmal weglassen. Ich werde nur Trainer mitnehmen, die wir nicht skippen können. Was hat er denn da? Hat er da eine Statue oder so auf der Hand? Was ist das? Pokémon-Kämpfe sind Kunst und wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Okay. What the fuck? Das crazy ist hell. Die Junge, der hat auch diese richtigen crazy Locken. Alles klar. Der Boy ist crazy. Reaktionsgas. Reaktionsgas. Scheint sich in der Umgebung auszubreiten. Whatever more, dude. Feuersäulen in dein Gesicht. Schöner One-Shot. Schöner One-Shot. So. Ja, aber wo wir gerade beim Kampf sind, was halt relativ unspannend ist. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen. Seid ihr mit dem Game schon durch? Ja? Nein? Wenn ja, was würdet ihr das Game geben? An der Punktzahl 10 sind max. Würdet ihr eine Review machen? Dies, das, bla, bla, bla. Könnt ihr mich ja in den Kommentaren wissen lassen. Und wenn ihr es noch nicht durch habt. Holy Shit. Wenn ihr es noch nicht ganz durch habt oder so. Wenn ihr vielleicht weiter, ein bisschen weiter seid als ich. Oder vielleicht das Spiel noch gar nicht habt oder so. Lasst es mich wissen. Schaut ihr dieses LP aktiv. Findet ihr das LP gut? Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht so gut? Was könnt ihr verbessern? Lasst es mich alles in den Kommis wissen. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich bin ja. Ach ja, ist ja Aqua Knarre. Bruder, muss los. Ich bin ja sehr offen für Kritik. Vor allem konstruktive. Normale Kritik ist so. Ja, akzeptiere ich. Aber meistens sehe ich ganz normale Kritik eher einfach nur als Flame an. Anstatt, dass ich sagen würde. Okay, er meint das nur gut. Glaube, das kann man nachvollziehen. Ah, egal. Random Thema, random Thema. Random Thema. Gut, Kamal 33, Kurama 34. Kurama möchte Nachttipp lehren. Ich glaube, wir sind aber speziell. Ja, wir sind speziell. Das ist eher so. Ich könnte es aber gegen Raub weg machen. Wenn ich ehrlich bin. Weil es macht 70 anstatt 60. Und hat wie Schlitzer eine hohe Crit Chance. Wir sind halt speziell, aber egal. Physische Attacken. Tut mir jetzt auch nicht weh, wenn sie besser sind als ihr Vorgänger. Von daher. Alles gut. So. Oh, warte mal. Ist die nächste Arena Kampf? Ich habe im Hintergrund schon eine Faust gesehen, ja. Wir kämpfen gegen B. Bade in, man. Sick, Alter. Okay. Kampf also, ha? Sadie. Sadie muss regeln. Wir haben Sadie. Wir haben Sadie. Wir haben... Sonst nichts anderes. Wir haben keinen Psychomon oder so. Ähm. Die Mon-Lichtmons. Bringt uns aber nicht viel. Okay. Gut. Halten wir erstmal unsere Mon. Und ach ja, by the way. Äh, das habe ich voll vergessen am Anfang anzusprechen. Ich werde... Ich bin mir sicher, die Folge kommt Mittwoch. Ich bin mir sicher, weil ich ja immer Aufnahmen-Session mache. Ach ja, so. Und was ich sagen wollte ist, ich bin mir sicher... Ähm... Deshalb, wie gesagt, die Folge Mittwoch kommt. Bla, bla, bla. Ja, klar. Ähm... Ich bin mir aber, glaube ich, sogar felsenfest sicher, dass ich in Zukunft Mittwoch immer zwei Folgen droppe und der Rest der Woche eine Folge kommt. Es kann sein, dass hin und wieder vielleicht am Wochenende auch mal zwei droppen, aber geplant ist, so gesehen, Vogelfossilien. Okay. 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 Ja, okay. Sick, 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 sick. Warte mal, ich gehe mal ins Team. Ich glaube, das habe ich auch vergessen anzusprechen. Genau. Das heißt nicht mehr Hot Wheels, sondern Hot Chick, weil es weiblich ist. Keine Ahnung, mir fiel kein anderer Name ein. Wollte ich auch nochmal angesprochen haben. Aber ja, so gesehen ist ja unser Channel Montag bis Freitag nur, ne? Let's Plays mäßig. Und dann am Wochenende halt entweder Random Shit. Ähm... Klumpen Giftschleim. Für 3000. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Kann auf jeden Fall nicht schaden. Das neue Spitzen Schnabel. Okay. Das morgige Angebot ist Spitzen Schnabel. Hey, willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages, äh, wonach ich es bringst, wonach ich suche, kaufe ich es dir zum sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich einen Steinknochen und würde dafür 11.000 zahlen. Ja, wir haben ja einen in der Naturzone, äh, gefunden. Warum nicht? Komm doch morgen nochmal vorbei, dann hast du vielleicht wieder was für mich. Also sonst macht er nichts, alles klar, okay. Ähm, aber ja, der Channel ist normalerweise von Montag bis Freitag aufgebaut. Äh, und am Wochenende halt entweder Random Shit oder wenn ich mich fühle, auch eine Folge oder was anderes oder so. Und halt am Sonntag normalerweise die Channel News oder so. Aber die mache ich ja nur, wenn ich es fühle. Das ist der kleinste Eimer, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, das ist ein Mülleimer, oder? Ich meine ja. Alles klar, Bruder, der kleinste Mülleimer der Welt. Für Zwerge. Für Zwergerinnen, man. So, gehen wir mal aufs Dach. Assassin's Creed mäßig. Hier wird sich Save Golden Item oder so befinden. Ja, da oben. So, okay. Kannst du vielleicht bitte da rauf gehen? Danke. So, was macht der denn hier? Hast du schon viele Maracamba gefangen? Würdest du vielleicht eins gegen meinen Brivoma tauschen? Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht, wenn ich ehrlich bin. Metallmantel. Ein Item, das ein Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es versteckt die Attacken von Typ Stahn. Ja, okay. So, dann haben wir nochmal Gift Shock. Das ist schon mal eine relativ gute Attacke. Ja. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Macht der, glaube ich, doppelten Schaden bei Pokémon, die poisend sind, ne? Ich meine ja. Okay. Ist auf jeden Fall keine schlechte Attacke. Was geht hier ab? Hier ist eine Tür, wo wir nicht rein können. Okay. Was geht hier unten ab? Da ist noch ein Pokéball. Ah, hier ist noch ein Item. Drei Steinknochen. Ah, cool. Ah, okay. Ja. Haben wir jetzt wieder drei. Beulenhelm. Beulenhelm, ja. Beulenhelm ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, dann wartet Hopp mal wieder auf uns. Hey, Mimso. Wegen ihm nochmal. Ich will wirklich nicht, dass Delirungsruf nur wegen mir kratzt. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Wie wäre es, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann? Ja, komm. Hopp nochmal auf die Fresse. Dann wird er vielleicht so depressiv, dass er das Game verlässt und sich vom Game deinstalliert. Ach, aber erstmal. Eine Runde Tee. Brudi. Orgel. Oh mein Gott, dieses Vogelmon, was ja einen Fisch im Mund hat oder so, ne? Ist das vielleicht Wasser? Bin mir sicher, dass Wasser ist. Es konnte eine Wasserattacke, glaube ich, im Trailer. Orgel, Alter, mit diesem Fischkack... Äh, diesem Fischcounter. Der ist richtig geil. Der ist sick, den feier ich. So, Furienschlag. Geht hin, man. Komm, nur mal zwei, nur mal zwei. Och, ehrenhaft. Ehrenhaft frisst diesen Funken-Sprung. Sick. Genau, versucht jeder eine sehr effektive Attacke einzusetzen, wenn er die Chance dazu hat. Ja, 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 ja. Oh, Bash erreicht 35. Entwickelt sich Bash jetzt vielleicht demnächst so langsam mit den Kämpfen? Salanga. Das hatten wir doch gerade, glaube ich, gesehen. Ich weiß nicht mehr, welches Mon das war. Ich geh einfach wieder in Bash rein. Salanga. War das... War das... Doch, Salanga war doch die Schlange. Die haben wir doch vor zwei Folgen gesehen, wo wir Route 6 betreten haben. Welcher Typ ist es aber? Gift, Gestein, Boden? Also, nichts von unseren Attacken trifft effektiv. Und wir sind schon von Anfang an schneller. Okay. Wäre natürlich Feuersäulen drücken können. Wörbler. Okay. Ich weiß nicht, welcher Typ... Ich kann mir irgendwie vorstellen, Steingift oder sowas hat mega weirdes, aber könnte ich mir vorstellen. So, Chimpsticks bleiben wir auch drin und One-Shoppen es einfach mit einer Feuersäule. Let's go! Uh, kein One-Shot. Ja, okay. Wir sind aber auch ein physisches Dingens. Kickerlo heißt das, glaube ich, ne? Ja. Also, von daher... Ist normal, dass dann unsere speziellen Attacken nicht allzu krassen Schaden-Damage... Ne? Schaden-Damage drücken, Bruder, muss los. Damage drücken an sich. Ist aber auch... Ist aber okay. So, Doppelkick geht in, man. Bam. Mit den Jesus-Latschen in dat Gesicht. Hot-Chick erreicht auch 35. Nice. Toxel. Toxel war, glaube ich, Gift-Elektro, ne? Ich meine, ja. Ich meine, ja, deswegen Feuersäulen in den, man. Ich frage mich... Alter, werden wir ein bisschen spezieller gestattet? Wären wir alles One-Shot. Aber, ja, whatever, nicht schlimm. So, einmal in die Kopfnustern. Ähm, tatsächlich... Frage ich mich, ob dann die... Es hat Statik? Okay. Ob dann die letzte Entwicklung von Bash vielleicht Feuerkampf ist oder so. Weil es ist ja immer ein Hase, der irgendwie immer hüpft und kickt. Ob die letzte Entwicklung dann Feuerkampf ist. Weil viele Mon... Bash entwickelt sich tatsächlich mit 35. Ehrenhaft. Aber was ich sagen wollte, ist, viele Mon in dieser Gen haben ja voll viele Zweiertypen. Und voll viele Mons haben irgendwie eine Vierfachschwäche. Also, what weakness? Holy shit, sieht das geil aus. Libello. Pork in den Chat, Bruder. Eins, wenn ihr es auch so seht, Alter. Ohne Scheiß. Holy shit, das sieht mal richtig geil aus. Ist das jetzt Feuerkampf? Ne, es ist immer noch nur Feuer. Okay. Aber es sieht richtig sick aus. Holy shit. Feuerball? The fuck, sind wir jetzt hier schon bei Naruto oder was? Feuerball 120. Ist aber auch physisch dieses Mal, was muy bueno ist. Der Anwender greift mit einem Ball aus Feuer an, den er durch Anzünden eines kleinen Steines erzeugt. Fügt dem Ziel eventuell Verbrennungen zu. Ja, okay, kennt man. Ähm. Ist muy bueno. Ist auch physisch. Trifft aber nun bei 90%iger Wahrscheinlichkeit, ne. Was jetzt nicht so strong ist. Wir kennen ja 90%ige Genauigkeit bei mir, ne. Trifft vielleicht jeder dritte Versuch oder so. Ja, tatsächlich würde ich dann Nitro-Ladung rausnehmen. Oder? Ähm. Ähm. An sich schon, weil es. Oder Doppelkick. Ne, komm. Ich nehm glaube ich Nitro-Ladung raus. Kriegen wir jetzt zwar keinen Endboost mehr, aber haben eine stärkere Attacke, die auch physisch ist. Ist glaube ich besser, ist glaube ich besser. Oh. Ich hab ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber das hat's irgendwie auch nicht gebracht. Stimmt, er hatte gar keinen Moolie dabei. Stimmt. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf gar keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss mehr herumexperimentieren. Noch viel, 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 viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. Ja, mach du mal, Digga. Die Jugend von heute. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen. Niemand denn sonst? Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei. Danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Hä? Woher kommt die jetzt? Und was hat die... Hä? Alles klar. Okay. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Passback. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Ja. Okay, slow walk it out, man. Slow walk it out, man. Warte mal, hier können wir nochmal in ein Haus und rechts können wir nochmal hoch. Was befindet sich hier? Ich bin stolzer Taxi-Pilot. Als Gleis Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich dir diese Themen hier schenken. Fliegen! Ah, okay, cool. Okay. 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 Ist auf jeden Fall eine TM, die ich glaube ich instant Sadie beibringen möchte. Vor allem auch Stahlflügel... Hatte Stahlflügel gelernt oder hatten wir Stahlflügel als TM? Bin mir nicht sicher. Ähm... Ich werde auf jeden Fall Sadie erstmal Fliegen beibringen. Auf jeden Fall. Unüberheblichkeit. 20er Base Stärke. Der Anwender prallt mit seiner Stärkung und greift das Ziel an. Dieser Angriff ist umso stärker, je weiter die Statuswerte des Anwenders erhöht sind. Schwachsinnig. Schwachsinnig. Get that trash out of here, brother. Get that shit out of here. So. Dann nochmal die schönen Stahlflügel, die Sadie nicht lernen kann. Gut. Dann hätten wir noch einen Eistrahl, brauchen wir nicht. Gegenschlag brauchen wir nicht. Aurasphäre brauchen wir nicht. Schlagbohrer, ne, brauchen wir nicht. Fußkick brauchen wir nicht. Bodypress brauchen wir nicht. Stachler, Erdkräfte. Hm. Psychokinese kann Kura mal lernen. Ist aber eine TP, dann hätten wir keine Psychokinese mehr. Genauso wie Psychoshock. Triblette, Laubklinge, Darmbomben, Örlich, Sandgrab. Whirlpool. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar gute TMs und TPs. Aber. Jetzt nicht das krasse, was ich haben möchte. Und SS34 entwickelt sich. SS vielleicht auch mit 35. Wie könnten es? Ne, ich glaube die Entwicklung kriege ich in dieser Folge nicht mehr gequetscht, oder? Ich glaube tatsächlich nicht. So, eine rissige Kanne. Diese spezielle Kanne löst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Ist das nicht für dieses T-Mon? Es ist für dieses T-Mon. Ja, 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 ja. Und Funfact, dieses T-Mon habe ich auch zwei oder dreimal getradet bekommen. Wo wir halt gestreamt haben. Ist ganz cool, ist ganz cool. Und jetzt haben wir das Item für seine Entwicklung. Ist auf jeden Fall ganz dufte. Wir schauen uns aber einfach nochmal weiter um, würde ich sagen. Bevor wir in die Arena gehen. Vielleicht auf dem Fahrrad. Wäre, glaube ich, effizienter. Ich glaube, der Leber. Nice. Was sagt der hier? Nichts. Was sagt sie? Auch nichts. Und hier haben wir wieder eine riesengroße Malerei. Könnte von mir sein, Bruder. Das sind auf jeden Fall meine Paint-Künste. Aber da können wir wahrscheinlich später rein, wenn wir Zertrümmerer oder so kriegen. Ich bin mir sicher, die Arena-Leiterin, also Bay gibt uns Zertrümmerer oder irgendwie sowas. Womit wir dann da durchkommen oder so. Oder irgendein Item, was so gesehen Zertrümmerer ersetzt. Okay, wo geht es hier lang? Hier ist eine neue Route. Okay, lass uns mal gemeinsam eben die neue Route abchecken. Ah, das ist dieser Wald. Wirrschein-Wald. Oh, sieht der cool aus. Und die Musik? Zick. Feier ich. Feier ich. Ah, okay. Nee, feier ich. Ist cool, ist cool. Gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier einen Cut. Und dann werden wir in der nächsten Folge gegen Bay kämpfen. Ich versuche bis dahin, Dings da zu entwickeln. Also auf 35 zu bringen. Sollte es sich nicht entwickeln, werden wir halt einfach mit 35 in die Arena steppen. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Das Supports kann man, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020